Gewalt und Geschrei. Plötzlich zeigen die Geissens eine ganz andere Seite von sich. Die Geissens. Verfolgungsjagd auf dem Bazar. Eigentlich sollte es nur ein gemütlicher Familienausflug zum Bazar werden, eigentlich. Doch der Trip von Robert, 60, Carmen, 58, Davina, 20, und Schnee Geiss, 19, endete mit Tränen, Zoff, einer Verfolgungsjagd und schlimmen Drohungen. Aber der Reihe nach. Die Geissens bauen sich aktuell ein neues Leben in Dubai auf, haben ihre bisherige Wahlheimat Monaco verlassen. Und was fehlt bei so einem Einzug ins neue Heim? Gewürze. Und genau deshalb wollte Familienoberhaupt Robert einen Abstecher auf einen Markt machen. Allerdings. Die aromatischen Düfte der Gewürzmischungen reichten Carmen nicht. Zusammen mit Tochter Davina verschwand sie in einer Parfümerie. Ein folgenschwerer Fehler. Denn als Carmen prallte, wie sehr sie Parfüm liebe, wurde der skrupellose Verkäufer hellhörig. Er wollte dem Ex-Model einen Duft für umgerechnet 1.000 Euro andrehen. Und Carmen? Die schlug zu. Als Robert das mitbekam, war er außer sich vor Wut, zerrte seine Frauen aus dem Geschäft. Doch die Rechnung hatte er ohne den Händler gemacht. Er folgte den Geissens, sprach sie immer wieder an und hielt sie sogar fest. Ich hatte Angst. Es war sehr gruselig, sagte Davina danach. Die Geissens, Gewaltandrohung, gibt es ein paar auf die Ohren. Sie bekam Panik, wurde wütend, schnauzte ihre Eltern an und umklammerte Carmens Arm. Ich fange an, zu weinen. Papa, ich schlage dich oder jemand anderen hier. Ich hab wirklich keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Ganz schön respektlos. Carmen wurde laut. Pack mich nicht an. Ich glaube, ich spinne, Fräulein. Dann gibt es aber ein paar auf die Ohren, ne? Auch Robert drohte seiner Tochter. Du bist jetzt ruhig und benimmst dich, sonst kriegst du von mir nenn' K. Oh! Das sag ich dir. Auweia! Zwar machte am Ende niemand seine Kampfansagen wahr, doch ein ungutes Gefühl bleibt. Diese Seite der TV-Familie kannte bisher schließlich niemand. Wie oft es wohl Gewaltandrohungen dieser Art gibt, und ob sie auch mal umgesetzt werden. Der Ausflug endete zumindest ohne Schläge, allerdings auch ohne Gewürze.